Der gute alte Klecksroller, die perfekte Waffe, wenn man dem Gegner gerne im Nahkampf zu Leibe rückt, drücke am Boden, ZR um großflächig Tinte zu schleudern und drücke ZR um Sprung für konzentrierter Tintenbeschuss. Ja Leute, richtig gehört, konzentrierter Tintenbeschuss. So, ja der Klecksroller, die gute alte Klecksroller, den kennt man noch aus Splatoon 1, da hatte ich auch immer Spaß mit, ne? Hier, da hatte ich echt Spaß mit, da ist Schini-Leitung. Der heißt einfach Leitung. Der Shinobi ist jetzt da, ne? Leute, einer fehlt noch. EA, EA spielt auch Splatoon, Leute, ne? Wollen wir was anderes spielen, außer hier immer Battlefield, ne? Da muss EA auch mal Splatoon spielen. Ja, Kampf-Adrivierkampf, Herr Bemüftestviel 1, das kennen wir ja. Nur haben wir diesmal unseren tollen Kleckser dabei. Die Klecksrolle, ach, zwei andere haben auch eine Klecksrolle. Was soll das denn? Lalalala, lalalala, lalalala. Ey, da klecksen wir aber alles voll hier. Nun einmal aufladen. Was hat der noch mal? Was hat das noch mal gemacht? Ah, genau, das explodiert dann. Ah, ja. So, wenn ich jetzt springe, konnte ich natürlich... Ja, genau. Jetzt kommt die Erinnerung wieder, Leute. Alles voll machen. Was zur Hölle tust du da? Lol! Ich hab grad meine Urtile benutzt, um ihn zu kehlen. Dabei ist er schon gestorben. Sehr gut von mir gemacht auf jeden Fall. Super reagiert. Äh, Reaktionszeit von... Keine Ahnung, Leute. Also das war wow. Wieder richtig impressed. Ach, Mann. Alles einfärmen. Alles einfärmen. Nein, so nah dran! Ich hätte doch nur ein Stück weiterrollen müssen. Dann hätte ich ihn überrollt. Los! Ja! Nein! Oh nein! Da waren zwei Leute! Ich krieg zu viel! Zwei Leute! Und die hätte ich mir holen können. Nein! Ich hab das so schön gew... Ey, ich krieg zu viel. Ich hab das so schön gewartet. So schön. Endlich hab ich dich überfahren, ey. Mein Gott. Aufladen. Ja, ja. Dachtest du wohl. Ja, ey. Nein, okay. Tüte mehr. Ach, ich doofkopf. Los, schnell wiederholen hier. Na, Tüte aufladen. Oh, Lulatsch. Oh, wir haben ihn erwischt. Ich hatte grad Angst vor meinem Leben. Warum ist das so ein Symbol? Ja, Mann. Double Kill. So lobe ich mir das doch. Sollen wir mal eben abtauchen. Leute, das... So lobe ich mir das. So, jetzt hier nochmal schön im Feindnisgebiet. Einmal aufräumen. Oh yeah. Das gab auch nochmal schöne Punkte, oder? 700. Ach ja. Ey, ich muss sagen, der eine Double Kill war doch super. Gewonnen haben wir die Runde allemal. Das sieht man direkt auf den ersten Blick, muss ich wirklich sagen. Alle Runde, die haben die Profis hier gewonnen. Dann haben wir nach Hause geholt. Ach, Mann. Bam, 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 bam. Oh, Platz zwei. Sieben zu drei. Das lief schon besser. Spieler werden gesucht. Damit verbringe ich die meiste Zeit aktuell. Spieler suchen. Ich hätte gerne, aber trotzdem, auch wenn ich damit spiele, ich hätte gerne einen Pro-Controller. Also ich glaube, der Pro-Controller, der wäre schon eine super Sache hier. Das zu spielen mit einem Pro-Controller wäre, glaube ich, noch besser auf jeden Fall. Heißt der Spieler einfach nur Zwiebel? Leitung, Zwiebel, demnächst, keine Ahnung, nenne ich mich auch Schwingschleifer. Oder Brokkoli, Stoffserviette, Popcorn-Maschine. Und es geht los. Ja, Mann. Alles reinlunzen hier, was geht. Da, 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 da. Oh, Tinte leer. Einmal nachfüllen, bitte. Ich habe den Baum angekümpelt. Kollege, ich komme. Mal aufhören, hier alles wieder. Der hat ja alles dreckig gemacht, ne? Aber negativ dreckig. Ha, du blöd Mann. Na, na. Cool. Cool. Ich mache auch mal cool. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit Commander. Alles muss sauber. Oder dreckig. Hier macht eben, wie man es sieht. Na, komm. Mach mal hier weiter. Ja. Soll der Typ doch da oben rum ömeln. Ah, hab ich da was treffet mit. Oh, lol. Wo ist der? Wo ist der blöd Mann? Der steht da oben. Ja. Du blöd Mann. Na, wo bist du? Aber ich lasse den da oben einfach. Ist mir egal. Und komm, Lamsi. Weg mit mir. Nein. Ich hab mich noch erwischt. Jakob Po, Alter. Dachtest du wohl, ne? Dachtest du wohl? Oh, Leute. Sind alle meine Kollegen auf einem Knubbel da? Leute, wir müssen einfärben, ne? Das ist nicht einfärben, was ihr hier macht. Das ist einfärben. Ich mach eben das nochmal zu unserer Farbe hier. Dann nochmal abtauchen. Los, los. Oh, ja. Da war jemand im Weg, wa? Weg mit dir. Ja, Ulti-Ready. Ja, schön. Schön, schön. Weg mit dir. Nur nicht noch sterben. Nein, Ende. Wir haben ihn noch keinen mehr erwischt, leider. Traurige Wahrheit. Aber am Ende nochmal alles umlackiert. Da haben wir richtig schön am Ende nochmal das Umentschieden hier. Wow, 60%. Das ist mega gut. Ich bin stolz auf mein Team. Ah, Platz 2. 8-1. Das ist doch auch mal wieder ordentlich, ordentlich. Der Klecksroller ist doch super, ne? Da kommt die Zwiebel nicht gegen an mit seiner Sniper. Hä, doofe Zwiebel. Ah, wieder voll ohne. Just Ernesto Wottak. Oh, Zwiebel ist immer noch drin. Die Zwiebel verfolgt mich. Die will, dass ich weine. Steht hier, weil es eine Zwiebel ist. Okay, das war nicht lustig. Ich verstehe schon. Korallenviertel. Diesmal rasieren wir wieder. Diesmal werden wir wieder rasieren im Korallenviertel. Ja. Auf geht's, Mann. Auf geht's, Mann. Alles unsers. Alles unsers. Und Tite leer. Einmal auffüllen, bitte. Ja. Ja. Na, den haben wir nicht mehr erwischt. Ich war doch die Zwiebel vielleicht. Oh, super gemacht. Hier mit dem Raketenwerfer. Richtig stolz. Haha. Nein, nein. Nicht mit mir. Meine Ulti regelt. Oh, das muss ja alles hier in unsere Farbe noch. Ist ja alles noch Gegnerfarbe. Richtig eklig. Richtig ekelhaft. Schön weg damit. Das möchte keiner hier haben. Pink ist eh schön. Pink ist eine Farbe, die strahlt Freude und Hoffnung aus. Nicht so wie das ekelige Blau hier. Keine Ahnung, was Pink ausstrahlt. Liebe. Oder. Keine Ahnung. Ach, schade. Ja, ich hab ihn noch umgerollt, du Lulatsch. Ja, da dachte er, da kommt mir. Nee, nee. Noch sauber umgerollt, den armen Junge. Alles hier wieder. Alles wieder weg. So, ich geh mal auf die Brücke. Da hab ich mich so viel Blau gesehen. Ekelhaft. Einmal Rückzug, bitte. Wollte schon sagen, kannst du bitte weggehen? Oh Gott, war das knapp. So blöde. Das war schade. Das war echt schade. Ich komm, mein Kollege. Nein. Nein. Die Runde werden wir nicht mehr gewinnen. Vielleicht ja doch. Los, los. Die Runde haben wir gleich fertig. Nein, ich hab auch so die Karte geöffnet. Oh, er ist noch gestorben. Oh, ich bin auch noch gestorben. Ach man, alle sterben. Schneller, wo ist es noch schneller? Ich geh mal nach rechts irgendwo. Da haben wir in die Richtung. Noch schnell ein paar Sachen zurückfärben. Los, los, los. Oh nein, da haben wir einen Gegner. Los, alles zurückfärben. Nein. Hat das was gebracht? Haben wir noch gewonnen? Ich weiß es nicht. Ach nee, wir haben verloren. Schade. Schade Schokolade. 40 zu 47 ist aber knapp eigentlich. War aber eigentlich knapp. Die anderen Runden waren besser. Aber ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gerne einen Kommentar, eine Bewertung. Ihr wisst ihr Bescheid. Platz 2 in meinem Team ist doch okay. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge oder sowas. Mal sehen. Ich hoffe, die Folge hat einfach gefallen. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.